Musik 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 Sie haben mit Geschäftsleuten zu tun, einmal im Jahr organisieren wir ein Treffen mit 240 Vertretern aus der Wirtschaft. Was da an Erwartungen formuliert wird, da sprechen wir eventuell noch ein bisschen drüber. Mit Blick auf die Arbeitswelt, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Was würden Sie sagen, das ist ja 2018, da genau für die Arbeitnehmer, Sie haben erklärt, es wird mehr Jobs geben. Sorgt das für mehr Sicherheit, aber in der Bevölkerung? Also der eine Teil der Begleitung ist natürlich für mehr Sicherheit, weil, ich sage das mal ganz einfach, wenn wir in der Stadt haben und ich sage, ich habe da wieder was für dich, wenn du so nicht ganz wechseln wolltest, dann ist es für Sicherheit, weil sie um die Polizei sozusagen nicht beim ersten Mal, sondern beim sechsten Mal, das gibt es immer mehr, also ich bin ja echt gefragt, selbst wenn ich jetzt meinen heutigen Job verliere, und wir können auch immer selber kündigen, dann habe ich da zehn neue Angebote, also das sorgt für Sicherheit. Das gilt tatsächlich für beide Teile, für beide Teile der Wirtschaft. Das gilt aber natürlich nicht für alle Teile der Bevölkerung, nicht für alle Teile der Gesellschaft. Natürlich gibt es Jobs oder gibt es gerade in der Gesellschaft, wo ein Staat automatisiert wird, oder wo nicht ganz so viel Geld drin steckt, wie gerade die sozial- und staatlich-und-soviel-zumite-Wissenschaft vorher angesprochen. Und ob die das sozusagen in die Nähe gelegt hat, da geht es eine kleine, ich will gar nicht, ich will das gar nicht dramatisieren, ich will nicht sagen, dass es ein riesiges Schwerer ist, aber da sehen wir in der Arbeitswelt tatsächlich zwei gegenläufige Bedingungen, auf der anderen Seite entstehen, in der anderen Seite, in der anderen Seite entstehen, in der anderen Seite, in der anderen Seite, mit Blick auf das zurückliegende Jahr und damit verbunden auf die Herausforderung des grünen Jahres hat der SPD-Politiker Wolfgang Thiel und zu Beginn der Woche über uns für die Informationen am Morgen in Deutschlandfunk etwas gesagt, hätte ich Ihnen gerne noch mal eine Frage gestellt. Wir sind tatsächlich in dramatisch schwierigen Zeiten, die auch für Politik schwierig ist, die auch für die Bürgerinnen und Bürger klingt. Die Konflikte haben sich zugestimmt, wenn man den Talonismus, die Ungeduld der Menschen, wenn man auch nicht, hat da in der Kommunikation stattfindet, die Vergröberung der Kommunikation, der Hass, der sich ausbreitet, die Pflege muss, also das ist schon ein schweres und schwieriges Schweresjahr. Das ist ein schweres und schwieriges Jahrzeitung, das ist der Exempel für Politik und Gesellschaft, sagt man, aktive, das ist immer Präsent des Deutschlandfunkts und Hauptstadtstudio in Berlin. Als Hauptstadt-Karrespondent haben wir die Zukunft in den Wochen ja intensiv mit erlebt, mit Freude nach der Bundestagswahl, die Jamaika-Gespräche, jetzt die Anhalte der Demokratie. Wie viele Nächte haben Sie die Team vorgeschlagen? Kann man das erzählen? Ja, das kann man, das kann man zählen. Obwohl, wie sagen wir uns, diese Konzentration in die Zeit nach dem 24. Das ist ein Thema des eigenen, um zu entsichern. Es geht ja sehr gut, um das eigene Standort dieses Konzentrafen im Zeichen von Waffen. Es begann im Januar, als der Werke wurde bei den SPD erüttelt und schüttelt sich etwas als im Vorfeld der Wahl des Bundespräsidenten, der Grunde, am Anfang der Frieden und Spätestens dieser Wahl, als der Standort gewählt wurde. Martin Schulz, der Landkampf, der Ausgangspunkt für all das, was dann konnte, die Landtagswahl mit uns am Ende in Schleswig-Urstein praktisch nachlos übergehen, in den Bundestagswahl, mit dem Ergebnis, das wir kennen, und mit dem wir ja jetzt so kriegen, wo es die verschiedene Optionen gab, und Funktionen, die es zum Waffen gegeben hat. Insofern ist glaube ich die Verwirrung von der Töchter, die unsicherheit genannt, ganz so überrascht. Das Waffen-Unsicherheit ist ja jetzt schon mehrfach hier auch bei uns in der Bibel gefallen. Wir haben Wetzel als Soziologe vom Wissenschaftszentrum der Linken für Sozialforschung, also als Gesellschaftswissenschaftler. Wie würden Sie sagen, wie können Sie das hier einordnen? Es ist schon eins, was möglicherweise bei uns, bei denjenigen, die wir auf diese Politik betrieben haben, für die Verunsicherung, Sorgen und Lust, die man es einfach auch außergewöhnlich hat. Ja, ehrlich, sehr skeptisch. Ich glaube, dass in den bestimmten Bereichen der Gesellschaft die Sicherheit zum Teil erstmal gar nicht so groß ist. Das heißt, die Politik hat weiter gesetzt, die in den nächsten Jahrzehnten entscheidend bestimmt werden. Das heißt, es ist kein Nachgang, es ist eine Politik, die wir haben nicht zu sehen. Tatsächlich ist es in den ganzen Instanzienbereichen des Lebens die Politik heute mächtiger als immer zuvor. Man muss keine Angst haben. Ganz ähnlich ist es in der Wirtschaft, da werden Geld zu investieren, wie noch nichts vor. Und die werden nur investiert bei Klagen. Die kriegen das Geld auch wieder rein. Da werden die nächsten Jahrzehnte auch heute alle geformt. Das heißt, es wird sich eigentlich nicht einfach, dass wir gesellschaftlicher Zustand beschreiben. Ansonsten würde das ja eigentlich funktionieren. Wir zahlen von der Bundesversicherungsbeiträge, wann er dann rausgeht, dass das uns in den 20-30 Jahren vielleicht mal etwas bringt. Aber da sprechen Sie einen richtigen Punkt an, den ich auch gerne auch noch mal mit Klaus Rämmer besprechen würde. Und dann wird es von den drei Jahren, ja, es werden weiter Gesetze gemacht. Es läuft eigentlich in gewissen Rahmenbedingungen alles weiter. Denn es gibt ja die Schwierigkeit, wir haben einen gegebenen Bundestag, Klaus Rämmer auch und Sie beobachten, dass er einen zurückliegenden Wochen, der unter ja noch besonderen Richtigungen arbeiten muss, arbeiten gerne. Das ist so nicht möglich und es ist so lange nicht möglich, zumindest nicht in einem Rahmen, die nicht müssen wir gekannt haben, in dem dieser Beginn nicht steht, in der Arbeitsebene, in den Ausschuss und all das kann nicht gefährdet werden, sondern man nicht weiß, wie sind die Ministerien zugeschnitten. Und das führt nicht sofort, und das haben wir gemerkt, die gewollt waren. Und wir haben großartig sogar in den letzten 17 Jahren, aber jetzt dann doch zu dem Parlament, das wir ja auch übergeben, zu einem Post bei den Mandatenträgern, die gesagt haben, also was war denn das auf die Umstände? Wir haben ja eine Großregierungswahl, wir haben Bundestagswahl, und ein Parlament, das eigentlich nicht zum Recht sehr die Post und Sturz versteht, sollte hier eine stärkere Rolle spielen. Und Sie sagen, die Befreiheit arbeitet, auch wenn man eigentlich den Ende ist, aber die Kapierung ist das tatsächlich für eben auch unser Gefüge, unser politisches Gefühl. Da bin ich von Längung sprechen, da meine ich den parlamentarischen Betrieb im Prinzip. Das ist ja angesprochen worden, wir haben eine Geschäftsführung der Bundesregierung, die Verhältnisse sind stabil, nicht mit Wesen, und die große Verwerbung im Kabinett, das läuft relativ geräuschlos. Die Frage ist, wie lange, wie groß ist der Kontralschaden, der sich ergeben wird in den nächsten Monaten, wir glauben immer wieder, und wir wissen es ja auch, dass auf europäischer Ebene gewaltige Herausforderungen bestehen, und das Zeitfenster für die Bewältigung dieser Herausforderungen ist nicht groß, für die nächste Mal im Spielsakt. Ich habe es schon gesagt, wir haben ein Ohr auch nicht aus, als verschiedene Treffen reiten vor, ein Ohr an die Wirtschaft. Wir haben letztens gesagt, es werden auch weiter Geld, so nicht investiert. Wenn wir aber hören, wie schwierig da die Regierungsfindung, ja auch in Berlin ist, wenn wir das beobachten, gleichzeitig der Bundestag, der auch nicht ganz einfach weiterarbeiten kann, Was würdest du sagen, wie wichtig ist es, wenn die Wirtschaft ist, dass die Regierungsfindung relativ rasch, wo wir da in der Stadt stehen? Ich möchte nicht gerade da die Meinung oder das, wie auch was in meiner Frau geht, auch da herrscht, an die Geduld. Natürlich würde man in der Wirtschaft gerne an das höchste Stelle, wenn die Dinge auf den Weg gebracht werden. Also die zwei großen, große Gute, das ist ganz sicher und nicht das Zuwanderungsgesetz. und wenigstens mal eine Initiative in Richtung Kriminalisierung, ja, das, was jetzt seit zwei Jahren da schlägt. Also das wünscht sich natürlich die Wirtschaft, aber gleichzeitig, wie gut zugehend die Gewalt, und so funktioniert alles mit dieser Seite. Und wenn das jetzt noch ein halbes Jahr dauert, ich glaube, da wird es keine wesentlich großen Verwerfungen geben. Natürlich wäre das schön, wenn die Menschen, die wir gewählt haben und die wir mit unserem Steuer bezahlen, dann auch mal ein Wettbezahlen. Sie haben die Digitalisierung angesprochen, die wir hier auch noch zum Thema machen werden. Ich glaube, es wird dann hier auf das Jahr als Journalist aufbauen. Was denken Sie, wenn die Herausforderungen für Sie dabei ist? Ja, ich glaube, wir werden beschäftigt sein, mit dem Grupp, weil wir gerade gesprochen haben, die Solvierungen für diese Bundesregierung beginnt am 7. Januar. Der Weg der dann folgenden Wochen zumindest ist grob umgezeichnet. Immer ist alles möglich. An jeder nach der Stadt Staubeige an bescheitert ist auch. Dieser Anlauf für ein Erfolgsverbrauch, die wir hier in der Zukunft sind, ist vom Erfolg der alles andere programmiert. Die neue Wahlen, die war in der Funktion, die dann ein Wettbezahlen, die weitere Ausführungen von der Zeitung hätten, im Prinzip umgehen für den Fall, dass es zu einer stabilen Regierung weiterkommt. Aber man muss, dass wir dann wirklich bis posterverlässliche Strukturen haben. Kommt es anders, muss es länger dauern. Und dann, wie ich eben schon erwähnte, lassen wir da eine möglicherweise große Chance, die sich bietet und benutzen, indem wir einen französischen Präsidenten als Partner haben, der in einer Ausnahme an beispielsweise starken und in der Form anzutragen, für den Zinsen einladen. Und der Stand-Away, Sie haben auch die Digitalisierung angesprochen. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass sich Journalismus auch stark verändert. Wir erleben die das. Also auch gerade mit Blick auf diese Verhandlungen, diese Vermeiker-Gespräche, haben wir es ja auch wieder ganz stark gemerkt, wie schnell da reagiert werden muss, vermeintlich. Also der Forum steht los. Aber dass sich dann sichererweise ja noch mehr erkennt, wenn man auch noch viele Sorgen hat. Entschuldigung, eine Sorgen macht es mir nicht. Ich habe eine Frage, ging an jemand anders, Sie haben völlig recht, diese Begleitmusik bei Jamaika, die war zu wenig nervig. Und das ist ein Forum an einer Branche, aber sicherlich auch an die Politiker, die unterhand der Tagung von Interessen, die leitet werden, die unterhand der Prozess, der mitunter, finde ich, aus gutem Grunde auch mal wieder geschlossene Folgen stattfindet, kann in die Öffentlichkeit zu zern. Hier erlebe ich spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump, dass Twitter kein Rand-Ereignis mehr ist, sondern verfolgt wird und sich zu einer Eigendynamik entwickeln kann. Und dass das ein Problem ist, glaube ich, das ist in den vergangenen Monaten ganz, ganz wichtig. Und, 08, 444, 444, 644, die kostenfreie Zehnfonds, die wir befolgen, wenn sie nicht beteiligen möchten. Und wir haben jetzt zuvor, dass der Reduzion bei uns dann wieder im nächsten Mal ist. Ich würde eigentlich darauf hinaus freuen, dass das noch in dieser Regierungsbildung, die da gerade gestanden wird, die ganz wichtig, mit der großen Unsicherheit und das Parlament, der Einherge und der großen Aufheit, dass man das nicht da auch reduzieren muss. Also ich glaube schon, dass diese, das allgemeine Grunde eben, das ich vorhin angesprochen habe, das, das so eine Koalition, hier inzwischen nehmen, was in einem Beitrag passiert, hier, was ich erlebe, nämlich, ich bin schon beobachte, meine Familie, auch arbeiten, leben, was politisch stattfindet. Das ist auch unabhängig davon, wie das Parlament gerade verfasst ist, sich aus der anderen Seite zu tun. Das ist ein ganz klarer Prozess, wenn das immer wieder nicht die andere Koalition geht. Ja, deshalb, als Beispiel, da muss ich schon mal gesprochen, das ist ein Thema, 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 ein Verhandlungsnah, ein Diskurs, über die Organisierung, der Arbeitsstatt, die Menschen, die auch, der eigenen Arbeitstätigkeit, und tragen, die ich immer wieder, naja, wenn ich mein Job noch mal zehn Jahre habe, dann sind ein Jahr, man kennt die Geschichte, und kleinzeitig, gleichzeitig denkt man irgendwie, naja, das darf ich nicht auch wieder haben, wird es ja doch irgendwie so weitergehen. Es fehlt in gewisser Weise die politische Beantwortung, die sich da, die sich dann technisch stellen, das heißt, diesem Prozess, der Automatisierung, einen politischen Sinn zu geben, und zu sagen, wir müssen diesen Prozess gestalten. Ein Vorschlag wäre, dieser Automatisierung, den Sinn zu geben, in gewisser Weise, eine neue Form von Arbeitspolitik, zu einer Arbeitsmarktpolitik, in der man sich zum Beispiel überlebt, dass Arbeitgeber, aber auch im Hochgrund, das hat eine andere Anwendigkeit, die haben wir für diese Automatisierung, und schon im Prozess, weil die Automatisierung ist ja abzusehen, das ist ja kein komischer Prozess, sondern sehr organisierter Prozess, welche Jobs von der Arbeitgeber, sich schon lange, schon Jahre, bevor dann eben die Automatisierung anstattet, sich schon zum Prozess zu überlegen, und das war irgendwie, kann ich vielleicht auch, was vielleicht noch einen schöneren Job haben kann, weil die Aufgaben jetzt endlich mal schon machen können, und damit sagen, haben wir es in den Aufgaben, dass wir da noch bereichen, dass diese Kommunikation nicht bestandet, nicht mich, also nicht sozusagen, die Bedeutung dieser gesellschaftlichen Entwechung, für mein Leben, und auch damit für die Gesellschaft, ganz schwierig, und dann machen, das gilt auch im letzten Endes, für die Medien, die Medien, das wurde ja gerade auch schon angesprochen, und dann würde ich eigentlich sozusagen selbst machen, und dann in der anderen Welt ein Ereignis, das heißt, es ist ja nicht so ein dicker, also ein dicker Schatz, das müsste dann immer ein, wenn man nach der anderen kommt, und dann aber nur noch recht sein, dass alles da liebt, sondern nicht mehr, wenn die Frage ist, dem Ereignis Bedeutung zu geben, und das ist glaube ich, das ist glaube ich, was uns alle glauben, dass die Leute, was viele aufdrücken glauben, das ist, das ist, das ist glaube ich, eine Aufgabe, die wir uns gerade sehen, die wir uns bestätigen. Das heißt, umgedreht kann man sagen, wie ging hier der, möchte ich die Bundesregierung auch einen Arbeitsauftrag machen? Das würde ich so sagen, aber ich will das nur auch gar nicht auf die Bundesregierung schwenken, also diese große Aufgabe, wie gesagt, ich henne es einfach mal, das Kommunisation, das kann man gewöhnen, eben auch eben, was ich erlebe, wie ich im Weltwicklung und der politischen Handlung, das ist eine Aufgabe, die ich nicht im Kommunikation habe, geschenkt wurde, das ist natürlich eine Aufgabe des Parlaments, also das ist immer noch eine amerikanische Demokratie, und das ist natürlich auch während wir, während wir uns schaffen, aber auch ein, und ich habe es dazu, und das würde ich, mit einem großen Maßstab und demnächst, obwohl jetzt vielleicht noch ein kurzerer Dokument, zumindest eine oder zwei großen Aspekte in diesem Zusammenhang auf das Vergangene Jahr lenken, denn ich glaube, das, was gerade unter diesem Stichwort Synchronisierung zusammen mit der Person ist, ist die Chance, die dafür steht, eigentlich die Schlecht, und ich glaube, dass eine große Teile in der Bevölkerung nicht klienterartig werden müssen, wenn wir schauen, was gerade in der ersten Jahreszeitung möglicherweise in Antwort auf Entscheidungen in jüngerer Vergangenheit, unternehmlich den Brexit, aber auch die Wahl von Trump, die aus vielen konstanten, und wir glauben, dass wir diese Ungewissheiten gemacht haben, Dinge entstanden sind, die möglicherweise bleiben, und ich nenne mal die, wie und viele Tausende die Parteien betrifft werden, ein Qualitisierungsprozess in der ersten Jahreshälfte, der doch sicherlich zu begrüßen ist, begleitend eine Bewegung wie Parts of Europe. und ich glaube, Leute entschieden haben, wir können diese Verfolgung nicht, weil wir das in der ersten zu besorgen, und wir wollen die Ziele vornehmen. Das wäre geschaffen, dass es sich die Probleme, die sich hier stellt, und sagen, warum, es wäre, beteiligt zu werden, bei diesem, denke ich, das sind in dieses Jahr die Ziele, die Ziele, und wir haben noch eine Reitung, die ich an dieser Stelle das bisschen noch größer haben, vielleicht klein, das ist ja ein Punkt, den ich aus, wenn man der Krach eingesprungen hat, den Erlauben der Menschen, also Psychologen, für psychische Gesundheit und Prävention, das ist ja ganz wichtig, dass man da eben auch den Kanal behält, wenn man das weiß, den Kommunikationskanal, wie wichtig ist das? Das ist absolut entscheidend, und ich denke, dass der Kommunikationskanal an vielen Stellen ein Zeichen, um Schwörungen, also eine Rissung zu haben, weil es sonst ohne Empfehlung das eigentlich nicht so weit gekommen wäre, wenn man solche Dinge wie die Wahl jetzt international die Wahlverschaffung in der Hingung des Daes haben wir ja auch die Wahl von Rancor in Frankreich, die man nicht positiv bewerten kann, das sind schon Wahlzeichen, Wegzeichen, aber auch die Situation in Österreich wieder, die wir in der Koffer jetzt haben, haben wir in der Landerei anderen Länder und ich glaube, dass wir uns hohe Ausmaßen und Sicherheitsfaktoren wieder haben, auch da haben die Gesellschaft überbraucht, wie die Menschen die Menschen und dieses gleichzeitig überhaupt nicht ausreichende Dinge der Menschheit dass das im Grunde dann auch über die emotionalen Prozesse und so zu können und auch von der Zweifel und dieses Gefühl und nicht beteiligt zu sein und zurück und dass wir darauf zu betrachten auch, dass Menschen nicht das ist vielleicht das ja